Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Rocketly Argue mit mir den HeroCraft A.K. Max Und A.K. Justin ist auch dabei Justin hat scheiß Autos Wir starten jetzt einfach und los Und auf jeden Fall ist Justin diesmal ein bisschen aktiver und diesmal kommt seine Mama bestimmt nicht rein Ich halte die Tür mit der Fuß zu Was? Ich halte die Tür mit dem Fuß zu Stell dir vor das wäre wirklich so Ich hab keinen Lüge angefangen so zu machen Komm nicht rein, holst du? Auf jeden Fall Leute, wird heute Justin nicht gestört, wollen wir es hoffen jedenfalls Justin! Oh oh Ich wollte ihn aufhalten aber du brauchst zu langsam Guck mal wie ich da Justin jetzt mal so Justin jetzt guck mal wie ich fliege Ich hol Ich blüfe Auf jeden Fall Leute Sind wir heute wieder bei einer neuen Folge WTF Also nicht WTF sondern Rocketly Argue Hä? Oh mein Gott das ist meine Schocken Heute sind wir bei Rocketly Argue Mit Justin Weil Justin es geschafft hat vom Einkaufen wieder zu kommen Ja Also Das Einkaufen hat ja nicht an der Dauer Sondern eigentlich schon bis Gassi gehen Ich meine jetzt seit gestern Wo du einkaufen gehen solltest Also ja Bin ich dumm? Ja Das war ein Eigentor Wie nennt man das auf der Max-Sprache richtig? Das Hero-Tor Ich glaub ich kann mich noch erinnern Da hab ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren Hab ich gesagt dass du aufhören sollst die ganze Zeit Hero-Folgen Das würde sagen Was? Das war ein Livestream Bei was? Das war Minecraft Progetec 1 Da hattest du Hero-Nachten da gefunden Da hab ich gesagt du solltest nicht für alles Hero-Sprache reinstellen Doch Es gibt halt aber Hero-Nachten als wirklich ne Es gab sogar letztes Jahr ein Video davon zu Weihnachten Ey jeder Drops hätte den Ball rausnehmen können alter Nö ich hab sie jetzt selber holen Ich hab mir deine Mutter per WhatsApp geschrieben Seht ihr Leute Jetzt schreibt sogar Justin's Mutter schon bei Jetzt bin ich tot Ich krieg nen Angriff Seine Mutter vermissen sie so sehr Obwohl die gerade vor zwei Minuten noch geredet haben Ist doch Ich hab ne Vorlage bekommen Cool Das hast du gut gemacht Justin Da kam ich Wieso hab ich die Vorlage bekommen? Ja weil du den vorher noch berührt hast Wo er gegen die Wand gesprungen ist Und dann zu mir Achso ja gut Justin ist wohl nicht gut Wie geht da? Boah Boah Der war gut Ach verdammt Das Auto ist so bei EZ Justin wir sind auch scheiße Das Auto ist aber beschissen Justin ich flieg Wir haben dir das Tor Oh Justin wir sind so dumm gewesen Da komm ich Ich hab schon wieder geflogen Leute Geh flogen Ah Justin fährt aber ich fahr auch So ist wär der Der Jens Tor Das ist die O-Clam Runde Wir müssen heute eh eine längere Folge machen Also da Ey Leute wir machen heute eine 30 Minuten ein Spaß Was Wie scheiße spielst du? Hat deine Mutter dich beim beim Einkauf ins Gehirn gekackert? Was? Gehirn gekackert? Was? Hat er auch noch selber? Darkgamer Den guck ich gleich Wem? Ich will den ab nicht wissen Da steht schon die ganze Zeit an den Haben bestimmt fünfmal in der Aufnahme gesehen Ich? Ne den Typen Den wir grad spielen Das wär schön war Der kennt uns Deswegen spielt er auch gegen uns Verdammt Mein Verarsch das Pummen im Auto Das war extrem dumm Ich bin extrem scheiße mit meinem Lambo Aber ich will mein Lambo nicht tauschen Ich liebe dieses Auto Ich hab dafür Geld bezahlt Alter Torschuss Du bist so ein Stieger Alter guck mal wie legendär ich ihn reingehauen hab Leute Guckt euch den an hier Bam der wär ohne mich gar nicht reingegangen Justin 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 Hä wieso hat er ihn berührt? Der hat seine Mutti geküsst Was? Ey Ey Ich würde dir gerne ein Handzeichen zeigen Siehst du was? Siehst du was? Siehst du das Handzeichen? Um aufzureilen Heulen Das hab ich immer zu dir gesagt Weil du ne Mausaufnahme nicht essen sollst Ja das stimmt Justin hat so ne dreckskarre alter Ich weiß ich will die auch wechseln Nein 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 Egal, weil dieses Auto früher genommen hat, ja, ist heute ein Profi. Oh Gott. Oh oh. Wir haben, ich hab ihn reingem- oh mein Gott. Das ist eigentlich meine Schuld. Ne, guck mal, ich hab hier. Ah ne, okay, wir weiter. Ach Junge, wir verlieren. Wir verlieren! Das ist die Aufheimrunde, Max, hier aufzuschreien. Der Typ der meisten Streitsackler aufzuschreien als der Mann. Du zurückgebliebene Ente! Hä? Wie, wie, wie? Er hat ihn schön reingemacht. Justin, pass auf, jetzt kommt das Tor, okay? Und jetzt guck mal, jetzt guck mal ganz genau, ja? Jetzt kommt das Tor, warte. Ja. Du holst. Du holst. Du holst. Also ich glaube, vorher haben wir besser gespielt, als du die andere Karre hattest. Bestimmt, wie mein Gott. Torwart kommt. Ja, wir haben die ganze Zeit irgendwelche Eigentore gemacht, kann das sein? Ja, das sind die Hero-Tore. Super. Ja. Da kann der Torwart. Ich hole. Du schaffst es nicht. Ja. 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 Joiden und Justin wird die nächste ohne dieses Auto auch nochmal nehmen. Nee Ich flieh Ah, der ging nur nicht mehr, oder? Junge, das sind Mexikaner, die können doch nur gewinnen Nix gegen Mexikaner, aber ihr seid extrem gut in Rocket Leagos Ich nehme ein anderes Auto Okay, Leute Jetzt wird Justin in sein Gesicht gegessen Justin Justin singt was schönes Yeah Leute, ich hab besseres Spiel Komm, wartet Leute Genau, los geht's Komm Justin Es geht los Also das ist eines gegen Eis oder? Jaja Weißt du was ich hier hab? Ich hab hier eine Flasche, hör zu Wer gewinnt, kriegt diese knackige Flasche, hör zu Oh Gott Oh Gott Ich bin drin Ich mach... Hä Hä, ich kann nicht automatisch... Oh... Ich wollte blau sein Okay Okay, wer gewinnt, kriegt diese knackige Flasche Okay, ich bin drin Nein Justin... 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 Lauchiger Buber Wenn der... In der Reihe gehen wird nicht sauer Nein Nein Das ist... Ey, das war so ein dummes Tor Justin, deine Mutter wollte dich heute Nacht essen Weißt du das eigentlich? Sagt er immer Sagt er immer Ha, du dachtest es wahr? Ja, ja... Ja, okay, jetzt schießt er ein Tor halt Der wird die knackige Flasche halt echt haben, glaub ich Danke Danke Bitte Ey, wie... wie kann so ein kleiner grüner Hund so gut treffen? Nein Ich bin ein knackiger Bube Ja Du auch Nein Nein Und jetzt Hoch daaa Oh, das wird so ein Kugel Nee Nein 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 Ach man ey Justin spielst du wieder so unfair? Ey, der wär so reingegangen, ne? Ja, ey komm Justin ist so ein schlechter Gesichtsfotzer, Alter Leute, ihr müsst... Ihr dürft das nicht ernst nehmen mit diesen Wörtern Das ist einfach Humor, Digga Das ist... Verpiss dich Wir nehmen das nicht ernst Ich schon Durch Rocket liegt die Freundschaft kaputt, das schwör ich euch Die gab's vorher schon nicht, die Freundschaft Das ist weg, eh Hier Oh man Oh man Was? Juss 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 Warum? Es war mir einfach irgendwie zu schade und irgendwie zu lustig, als wenn ich ihn jetzt rein würde Du bist so ein... Du bist so ein... Jetzt würdest du gerne in der Aufnahme sehen, wie es so graus sah Du bist stehen geblieben, hast deine Spikes genutzt, um mir... Beide zu bleiben, wirst du noch mal stehen Wow Oh Ich auch Ich wollte auch nochmal Oh Oh no Ey, der war gut, der war wirklich gut Ja, das war die Spiegelung Du hattest ihn doch grad hier irgendwie vereist, oder? Ja, ich hab eigentlich gehofft, dass du ihn in der Luft nimmst Hm? Aber... Irgendwie hast du ihn dann doch mit deinem Power zu nehmen Ich hab ihn Ich hatte gerade Spikes bekommen, by the way, ne? Ich auch Oh, Junge Ich wollte eigentlich die Spikes nüsten, um den Ball daraus zu schießen, aber dann ist er schon explodiert Der darf nicht, Justin, sonst ist das kein Tor, das fehlt nicht Weiter nach Nein! Oh, wer denn noch reingeg... Verpasst dich Justin, aber es geht immer dazu, wer denn noch von dir reingegangen, das wär... Richtig Richtig Aber zwei Gib dich mal Ach, Justin Ich versuchge gerade, was willst du? Sag doch das mir so geholfen sicher oh mein gott ja jetzt weiter wenn er jetzt reingegangen wäre das so gut gewesen alter nein ich hab kein space-bakes bekommen alter ok ok wenn du das jetzt noch schaffst du willst diese flasche ich hab gewonnen leute hier steht der flaschen champion die 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 kasse ich hoffe ich habe dass die folge gefallen last gern leichter abonniert wird aktiviert die glocke Does was schaut wie die beschreibt da ist alles verlinkt und wir sehen uns dann bei der nächsten folge minecraft meint ihr mit justin das ist eine nächste folge wieder tschüss lasst ein like da